Lesen Sie weiter. Größer als ich dachte, aber total lecker. Top Pizzaofen. Man kann auch Brot backen. Preis-Leistung passt und mit der Temperatur muss man sich anders üben üben üben. Mit freundlichen Grüßen. J. H. Bin sehr zufrieden, die Bitzen werden gigantisch. Kontakt mit dem Unternehmen und Qualität war top. Einfach super wie schnell und kross die Pizzas aus dem Ofen kommen. Schafft seine 350 Grad. Dadurch wird der Pizzastein gut aufgeheizt und geben der Pizza einen unvergleichbaren Geschmack. Auch sehr solide verarbeitet. Ein sehr guter Pizzaofen für den Hausgebrauch. Dadurch wird der Pizzas in der Videobeschreibung. Klick Link in Description für mehr Reviews. Bedankt für mich. Outro Untertitelung des ZDF, 2020